Ladies and Gentlemen, Willkommen bei Team Jimmy Jewel. Kai und Jimmy sind mit dabei und wir spielen Warframe. Und ihr habt euch das Recht erstritten, dabei zuzugucken. Ich glaube, darüber sind sie auch maximal glücklich. Ist das nicht so, wie der trinkt oder so? Ich habe das Gefühl, ja. Das Gefühl, ich habe gar keine Wahl, wenn ich mit euch abhänge. Ach so, weil das immer ein Unzeng natürlich. Zumindest zu 99,8 Prozent, ja. Und nicht an dem Rest des Lebens. Ich will nicht sagen, dass es deine Schuld ist, aber zum größten Teil hast du da für die Hauptverantwortung. Ah, ja. Und warum? Ich finde es ja schlimm, dass Jimmy generell irgendwelche Verantwortung hat. Das macht das Leben nicht einfacher, ja. Ich habe das Gefühl, ich muss euch aus einer gewissen Idee mal eben rausstreichen und die alleine umsetzen. Kannst du nicht. Du bist nicht wohl. Nein, kannst du nicht. Du bist kein Streicher. Boah, ey. Boah. Boah. Okay, der lief ja richtig flach. Alter. Na, mit sowas muss ich mich nicht rumkriegen, Alter. Also jetzt, wir haben drei, wir haben drei Sachen, die wir hacken. Man muss sich jetzt endlich beide in die gleiche Richtung machen. Ich weiß ja nicht, ich bin wollte zu A. Wie so ein kleines, bockiges Kind. Ich wollte zu A, ich bin mir keiner schuld bewuscht. Wohin bist du hingegangen, Jimmy? Ich bin bei A, B und C, also ich bin noch nicht mehr in der Nähe. Aber wir können es ja jetzt gerne absprechen, wenn du das möchtest und wenn ich nicht da, wo du bin möchtest. Das wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen. Ich glaube, ich stehe gerade vom Weg vor B, damit ich gehe jetzt nicht. Ja, dann gehe ich nach B. Hey, die Wege, ne? Dann tue ich mal nach C gehen, weil, warum ist da was Rotes? Da muss irgendwas bei Kai sein, so von der Angabe, das... Ja, es sieht so aus. Von der, von der, von dem Aether... Ich habe viel Grad, Tobe, aber U. Okay. Besser als The Fish? Okay, das war ein schlechter Scooter-Witz. Vergiss, was ich... Vergiss das einfach. Aber überhaupt nicht mecker. Mit meinem Sch... Nein, alles, alles ist gut. Schreiche. Ja, gut, der Streifen war jetzt auch nicht besser als mein Scooter-Witz, oder? Darauf wollen wir uns aber eigentlich... Weder der eine noch der andere hat dann irgendeine Komplikität, also... Genau das... Genau das meine ich doch. Wobei, Scooter-Witzel, how much is the fish, ne? Ja, wenn dem Typen mal endlich einer sagen würde, was das Fisch kostet, würde er vielleicht auch mal aufhören zu singen. Ist nur so ein Gedanke. Ja, da kommt 26,50, jetzt halt die Backen! Und das ist doch garantiert schon mal passiert, auf ihrem Konzert, Rock am Ring, oder wo auch immer die sind, ist das doch garantiert schon mal passiert. Die Schnauze hat nicht gewusst, wenn du wissen willst, was der Fischkosten tut. Dass irgendeiner ihm zugeschrieben hat, so und so viel, und jetzt halt die Fresse. Das ist hundertprozentig schon mal passiert, so bescheuert ist die Welt. Jetzt getan. Ja, ich auch. Aber ich hätte ihm einfach einfach vorher die Lattes geworfen, so. Hier, du bist umsonst, Maul! Ja, genau. For free, jetzt fuck off. Ah ja. Schön, dass ihr gar keine sadistischen... ...Pissbacke? ...Speine sind. Pissbacke! Oh, wir sind der Gegner. Ey, jetzt Alarm ausgeglichen. Ich. Ich, 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 ne, ne. Ohne Witz. Ich seh jetzt nicht da. Kai, was willst du? Ich, ne, ich hab' nicht gemacht's ahnen. Äh, aber ich weiß, das ist doch... Oh, Klappen! Humor ist nicht eure Stärke, ihr Babybrei-Lutscher. Ja, genauso wie ich... ...Prägel, ne? Schön gekonnt, halt auch wenn's nur ein Duschbruch hat. Mh, du! Warum auch gleich hab' ich mit euch zu tun? Aus langer Weile. Gegenfrage, wer bist du und was mach' ich hier? Was du hier machst, kann ich dir nicht sagen. Ich bin... ...Gott. Auszählen ist immer noch nicht gehackt worden. Das muss man taktisch angehen, du Senf-Peitsche. Oder du verkackstest, rennst einfach durch und ist gut. Senf-Peitsche ist übrigens auch. Sag mal, gehen dir die Wortspiele aus? Ziemlich. Ich war doch gerade da, wo ich hingehör, du Fotzen-Hobel. Ich hoffe, dass du da so... Wie komm' ich denn da zäh' jetzt, ey? Kai, mach das mal eben, ja. Tut's ja. Ja, ich, 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 ich... Ich zähl' hier grad schon, dann... Ich brauch' ich eigentlich noch ne Mod für meine Quest hier in der Mission, aber hm. Irgendwie krieg' ich keine gedroppt. Aber hier ist gerade echt scheiße. Ja, ich hab' nämlich keine Ahnung, wo... Äh? Irgendwann Lüftungs-Schecher oder so, ne? Ja, Lüftungs-Schecher... Ich weiß, ich sag' doch, ich sollte einfach nicht deutsch reden. Ja, jetzt ist es eh zu spät, Kai. Oh, ey, mal mit Troms. Halt die Fress. Hast du jetzt so eine Ahnung, wo ich jetzt... Hier war's doch. Warum? Ich komm' da nicht durch. Ah, freut mich. Aber mich anders noch nicht so die Fresseln, ja? Jetzt sag' mal, wie bist du da reingekommen? Wie bist du da reingekommen? Wie bist du die Dinge hier? Nein. Komm' mal mit. Hier lang. Oh, ne, ne? Hier. Oh. Oh. Ja. Ich sag' mal, knapp. Knapp? Ja. Scheiße. Ich sag' mal, Idiot. Was für ein Idiot? Was anderes kennst du ja auch nicht. Ne, gut. Ich meine, ich kenn' euch seit zehn Jahren, ne? Also... Ihr mal vergisst von Sachen. Willst du nicht noch ne Mod holen? Ja, ich töte doch schon alles und öffne alles, was ich hier finde. Der Mod, das ist, äh... Ja. Ja. Das Spiel und das Leben hassen dich. Naja, gut, das Spiel ist ja auch im Leben, also von daher. Essasate. Dafür haben Kai und ich unsere Mission abgeschlossen, ja? Was hast du, Junge? Die Mission. Ich habe meine Mission nicht abgeschlossen. Verkackt. Liegt jetzt echt nur so ne Mod, und es ist eher der Ernst vom Spiel. Und es ist Horst. Hör mir noch nicht so. Beide. Da, 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 da. Prozent! Ist schon da hab ich schon an acht Mods oder so vorbeigelaufen. Ja, weil du die ja auch mach ich wissen, rad ist das wirklich wie sie einsaust. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem vorbeigelaufen sein könntest. Ostem hast du diesen Radius nur, wenn du die Karte drin hast mit deinem... Nein, weil das ist immer... er ist nur größer mit der Karte. Jooo, da halt das m Aul. oder rechte und das hast du denn jetzt deine mod gefunden ich habe keine mod ist mir auch egal ich finde auch keine mehr soll ich jetzt einfach durch die ganze Web suchen und nochmal einen Alarm auslösen damit ich auch eine mod für 5000 XP ja ich bin auch selten ich weiß nicht warum ich heiße ich ron also ich habe meine mod ja gefunden ja natürlich naja ich habe Druckpunkten bekommen plus 20% Nahkampfschaden ich habe keine Ahnung wo ich die aufgehoben habe aber ist mir auch scheißegal das verstehe ich so also nochmal für Jimmy da ist die mod da und das interessiert genau niemanden aber aber tu da die Talksum nur auf allen einfach nur weil du keine gefunden hast mo was ist das denn Kai hast du irgendwie den Vibrator nicht ausgeschaltet oder was mo ja ich bin mir sicher nein bist du nicht wundschräume ja ich wollte was sagen ja ich wollte was sagen ja weil die ron machen muss aber er irgendwie gerade sonst was macht witzst du denn schon wieder hier halt doch den Backen nein das war die falsche von seinem warframe wenn du zumindest ist nur scheiße muss bei sei doch wenigstens zu gnädig zu sein zuschauen entschuldige